Und hinter mir siehst du schon, um was es heute geht? Es geht um das Thema Körper. Aber nicht um meinen Körper, der Kopf, der Fuß, die Nase. Nein, es geht um das Thema Körper in Mathematik oder geometrische Körper. Und du siehst schon ein paar Körper hinter mir. Und diese Körper schauen wir uns nochmal genau an. Da gibt es zuerst die Kugel. Dann gibt es den Würfel. Der nächste Körper nennt man Quader. Und zum Schluss noch den Zylinder. Und ich habe bei mir zu Hause gesucht, ob ich ein paar mathematische Körper finde. Und ich habe gefunden. Zum Beispiel habe ich hier ein Spiel. Das ist ein Würfel. Und ich habe nochmal einen Würfel gefunden hier. Das ist ein Würfel mit Fotos. Das war, glaube ich, ein Geschenk von Vatertag, von Elisa, von meiner Tochter. Ein Würfel. Dann habe ich auch einen Quader gefunden. Siehst du hier, das ist eine Packung für Lasagne. Da sind Nudeln drin. Das ist ein Quader. Ich habe auch eine Kugel gefunden. Schau mal. Hier oben ist eine Kugel. Das ist auch für ein Elisa, glaube ich. So. Dann habe ich auch noch Zylinder gefunden. Zum Beispiel diese Konserve. Das ist eine Tomatenbüchse. Das ist ein Zylinder. Und diese Dose ist ein Zylinder. Und diese Kerze ist ein Zylinder. Aufgabe 1. Nimm vier kleine Papiere und schreibe auf das erste Papier Kugel, auf das zweite Papier Würfel, auf das dritte Papier Quader und also auf das vierte Papier Zylinder. Wenn du einen Würfel findest, mache bitte ein Foto mit dem Papier und mit dem Würfel. Klick. Dann nimm das nächste Papier. Zylinder. Suche einen Zylinder bei dir zu Hause und mache ein Foto. Suche eine Kugel und mache ein Foto und suche einen Quader und mache ein Foto. Aufgabe 3. Mache im Arbeitsheft die Seite 71. Bei der Nummer 1. Kreise ein. Alle Kugeln rot. Kugel, Kugel, Kugel. Nein, das ist keine Kugel. Alle Würfel grün mit einem grünen Buntstift. Würfel, Würfel mit grün. Alle Quader blau. Quader, das war es hier schon im Arbeitsheftest du mehr. Und alle Zylinder orange. Zylinder, Zylinder. Kreise alle Zylinder orange ein. Bei der Aufgabe 2 musst du zählen, wie viele Kugeln gibt es bei dem Roboter. Eine Kugel, zwei, zähle und schreibe. Wie viele Würfel gibt es im Roboter? Zähle und schreibe. Wie viele Quader gibt es? Zähle und schreibe. Und wie viele Zylinder gibt es? Zähle und schreibe.